ich fang ich baue mal als magier und bau mal ein mage bild mach mal ein mage bild ja ich baue mal ein mage bild da muss schon hinten links aber da habe ich keine wards dabei die kunden das ding werfen mal gespannt das könnte geil sein ja ok test ich mal ist ja auch ein mage supporter aber da habe ich halt jetzt also haben wir halt weniger wards ne wieso weniger wards du kannst doch trotzdem scheiß ward mitnehmen ich habe jetzt das blaue mitgenommen ich meine ich nie in blaue hat es gesagt mage bild also mal da alter schon wieder getroffen der ist gleich tot und schon wieder junge ich bin der beste auf diesem planeten das macht ungefähr so viel schaden wie ich mana verbrauche ja ja k k k k k k k k k ein 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 ich habe keine ahnung was er für eine sprache spricht der typ ich habe gar kein item gekauft also gar kein pot natürlich wird jetzt das war das was neben mir explodiert war nix gut das ding kaputt machen alter murdoch leidenko leidenko ah da first blood geht an die gegner aber wie immer ich gib mich hoch ja geil moin ja moin guck der rampage an zieh der mal den rampage an mal da wie der rampage denken kann der rampage rauf ich falls in der klippe rampage springt hinterher und face zieht sich wieder hoch mit wenig leben alter und der läuft unten an der klippe lang und guckt wie ein idiot sieh dir mal die klippe an was kosten so ein heiltrank da komme ich mal mit 150 der kleine 50 nehme ich doch mal mit das ding da komme ich angerollt der mako panzer jawoll guten morgen wieso das du wieso genau wenn du da was hat die für probleme alter piss dich oh ich hasse so leute welche leute nicht ganken kommen aber mit abfarmten scheiß servos schon wieder ich hab die auch noch nie gesehen hier also in meinen murdoch jetzt darf die den tower das gibt es doch gar nicht aber wie lange der murdoch weg ist was papa papa war papa papa Bis bald! Aua, hier ist ein Rap-Bitch. Guck mal nach links. Die Schlitten da. Da wird hinter euch leitet, ne? Jawoll. Oh, er hat grad verliebt. Na ja. Dann so. Irgendeiner muss den Double-Kicker machen. Irgendwie Einer. Besser als Gamer. The Bordel has spawned in the battlefield. Oh, geil. Die hat's richtig hart versucht, Junge. Raptor machen? Oder Dings machen? Irgendwas machen? Ja, macht Raptor. Fang mal an, dann sag ich komm. Fuck. Spass. Der kommt zu euch. Achtung. Ne, ne. Doch, doch. Doch. Der ist schon längst drin. Ja. Der darf uns ja auch gerne helfen, wenn er bleibt. Ja, vergesst den Geist, ey. Hier ist noch ein Boy. Oh, wer ist denn da hinten? Die Cerys. Alter, ich bin tot. Oh, ich komm nicht hinterher. Mörder. Aha. Ich hab mal aufgehört. Ja, sehr gut. Oh, kann schon wieder weggehen. Ja. Ich hab ja noch wen. Ja. Jawoll. Jetzt aber, Raptor? Ja, bitte. Ja, bitte? Noch'n Weg. Oh. Hast du ein Spot? Hm, da ist noch jemand, ne? Ja, ich halt den ab. Mach' dir mal. Okay. Ich komm und heil' gleich. Wollen wir den nicht ein bisschen zur Seite pullen? Was ist denn das? Was? Ah, ist noch ne Contest? Hm, das ist nicht gut. Wir sind ein bisschen lauf. Ah, sind sie alle wieder da, ne? Ja, dann hab' ich. Jawoll. Ich heil' so viel. Ich kann. Puff. Ah, geht doch. Alter, der Heal. Krass, gell? Oh. Heftig. Keine Ahnung, wieso ich das überlebt habe. Hab' ich dich jetzt gehealt? Ah, ne. Komm nicht. Lauf, 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 lauf. Ja, die hat doch ihre E. Kannst du ihn noch machen? Ich hab' nur noch einen. Ne, ich hab' nur noch einen. Ne, ich hab' nur noch einen. Neul, dir ist raus geflasht. Ha, ha, ha. Ja, mach's und nicht damage, ne? Ja, ist nicht schlecht. Hast du die Träne bisher? Ja. Pickt die Träne auch alle drei Sekunden? Ne, ne? Scheiße, ich hab' eins gebrückt anstatt zwei. Äh, was? Die Träne tickt doch alle drei Sekunden, ne? Die hat ja keine Cooldown, oder? Ja, ich glaube ja. Ja, das ist mega. Übelstark. Ich bin übelstark. Ich hab' gerade aus Versehen geflasht, obwohl ich nicht wollte. Mucko! Das ist richtig stark. Teraf, dir sei mal hier, äh, was ist das nicht? Mach lieber Blue, ne? Das ist ein Klassiker. Ja, jetzt gehen wir warden. Ich bin schon im Weg. Okay. Dann wollen wir den einfach machen. Setz'n ward an dem Gang. Ja, ist in Ordnung. Au. Ah, tickt mit 22 Schaden. Dann komm, lass ihn ganz spät. Ja, gut. Wo ist denn mein Murdoch? Jetzt können wir nochmal machen gehen. Oh, der Kais geht auf die Lane. Ah, jetzt hat er uns gehört, glaube ich. Warum bin ich denn hier alleine als Supporter auf der Map? Auf der Lane, Mann. Ich bin ganz alleine auf der Map. Ich bin ganz alleine auf der Map. I'm so alone. Leu! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Oh, ne? ein kann er zurücksetzen er ist raus geflasht aber allerdings ich habe gar keine mana mehr ich habe null mana mehr leute ich muss weg und habe auch kein leben mehr warum er da jetzt gestorben ist ich habe auch gar keine mana mehr das ist schlecht cool cool so kennt man sie die adc mit denen man zusammen spielt auf der lane jetzt geht das lange ein gegner machen macht er denn ich wundere dass von den gegnern hat keiner gekommen ist jetzt das war es also hat sich nicht gelohnt jetzt kommt es da geht weg davon noch mehr mörder groben leben junge das mako ich kann nicht aber geht in mein heal rein ich kann nicht aber geht in mein heal rein nein jawohl ich hab sie noch geheilt lol alter der läuft dann vier leute vorbei ich war drauf aber ich kann auch nichts machen ja du warst zu weit hinten ich habe mich dazu entschieden wegzuschubsen aber warst du schon dort neben dir da ich kann doch nicht zwei richtungen gleichzeitig kommen rein 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 ich habe in sechs sekunden wieder ulti die kam nicht durch und hat irgendwer anders holt die wollte glaube ich dich anblicken und den namen sieht auch wie auf aus wie auf die tastatur verrunden kloppt was denn der name von der haunde mit dem a gott die macht den spirit da kann sie doch sie schafft das solo lol ich hab's getroffen krass meinten kann sie ja scheinbar nicht auch hier mörder mit euch explosion das ist alles klar was hier vor allem ist meine ulti grün und sein und ist auch grün das wird mal alle geheilt ja gleich ausgeblinkt junge ok aber ich ja also wenn ich auf der mit spauer kann mir einer hier bei mir helfen wenn ich auf dem mit spaß mein mann übel schnell weg was hast du gesagt das lasso oder was das wird denn empfohlen das lasso gibt kein damage aber mut an pokern nicht aufbauen wenn du auf ihn gehst dann auf mörder ja noch dabei ich sag mich nicht als fix aber oder nee sagt nicht du kommst da ja ne 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 mach mal weiter hier bei heno kriegt menschen hilfe ja habsi mach die platt ich hab einfach ne angst und die und die gezogen hey du schwein machen die den prime noch schnell müssen wir schaffen hat die kunden haben wir noch oh nein die p11's für die können auch schon wieder weggehen ne nächste item holen schönen mutan po da 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 guten abendima blät die matima blät alter laserstrahl lol was war das ey wir haben die kaputt gequieselt so wo ist ja der lanza der lanza ist ein schlachtfeldweiser richtiger weiser 4 0 15 gecarried mal wieder hier wieso hab ich denn hier nur ein ding bekommen es geht gar nicht wie lief es eigentlich oh kiki 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 Vielen Dank.